So süß war Prinzessin Dianas nichte Kitty Spencer als Kind Zuckersüßer Trollwack-Tour-Stay! Millionen Mädchen, und auch Jungs, weltweit spielen seit Jahrzehnten liebend gern mit Barbie. So manch eine Party wurde im Motto der pink-tragenden Puppe gefeiert. Und gerade zu Weihnachten erinnert sich die eine oder andere wohl gern an die Zeit zurück, als eins der Geschenke unter dem Tannenbaum eine der heiß begehrten Puppen enthielt. Daran dachte womöglich auch Prinzessin Dianas 36, Nichte Kitty Spencer, 27, als sie dieses süße Barbie-Bild aus ihren Kindertagen postete. Die 27-Jährige schenkte ihren Fans auf Instagram pünktlich zur Weihnachtszeit einen Rückblick in ihre eigene Kindheit, in einem rosa Tüllkleid steht die kleine Barbie-Kitty vor der Kamera in der einen Hand einen Lolli, in der anderen eine Barbie. Im Hintergrund ist ein herzförmiges Schild zu sehen, auf dem Barbies Diening-Room steht. Einer von Kittys Followern ist der Meinung, dass sie als Kind eine erstaunliche Ähnlichkeit mit einem ganz bestimmten Mitglied der royalen Familie habe, Prinzessin Carlotte sieht genau wie du aus. Also die kleine Tochter von Prinz William, 36, und Herzogin Kate, 36, die heute ungefähr im selben Alter sein dürfte, wie Kitty damals auf dem Foto. Heute ist Kitty als Model erfolgreich und engagiert sich im Wohltätigkeitsbereich. Zum Königshaus pflegt sie noch immer beste Beziehungen und war Gast auf der Hochzeit von Prinz William und Herzogin Kate sowie der von Prinz Harry, 34, und Herzogin Mehan, 37. Musik 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 Musik